Ahoi! Es grüßt Ahoi, die Wunderkant, mit Holdrion, das Bayernland. Mit Grüzi Grüße, Schweizer, alle netten Leut, Servus sagt in Wien man heut. In USA, da grüßt man, hey, und manchmal auch, hello, okay. Das Grüßen ist nun mal sehr wichtig und sehr schön, das musst du verstehen. Auch dich grüß ich gerne, doch nicht aus der Ferne. Dich richtig zu grüßen, da möcht ich dich küssen. Denn so ein Kuss, das ist ein Gruß, er ist so schön, so wunderschön. Weil es der schönste Gruß in allen Ländern ist, wenn man richtig küsst. Dich richtig zu grüßen, wenn man richtig küsst. Es grüßt Ahoi, die Wunderkant, mit Holdrion, das Bayernland. Mit Grüzi grüßt der Schweizer, alle netten Leut, Servus sagt in Wien man heut. In USA, da grüßt man, hey, und manchmal auch, hello, okay. Das Grüßen ist nun mal sehr wichtig und sehr schön, das musst du verstehen. Auch dich grüß ich gerne, doch nicht aus der Ferne. Dich richtig zu grüßen, da möcht ich dich küssen. Denn so ein Kuss, das ist ein Gruß, der ist so schön, so wunderschön. Weil es der schönste Gruß in allen Ländern ist, wenn man richtig küsst.